Ja, liebe Freunde der gepflegten Hausmusik, heute wieder mein Beitrag aus meinem Homeoffice. Beim weiteren Aufräumen habe ich einen Text entdeckt, ein Sonnett von Friedrich Schlegel, ein berühmter Philosoph und Schriftsteller der Frühromantik. In dem folgenden Sonnett, welches ich vertont habe, beschreibt er schon damals die möglichen Auswirkungen eines Lockdowns. So ist zum Beispiel aktuell auch der kleine böse Hosenwurm hart betroffen. Kontaktverbote vor allen möglichen Schlupflöchern, sämtliche Vergnügungseinrichtungen wie Theater, Kinos und Bordelle geschlossen. Das ist quasi ein Knockdown. Heute singt für Sie der Männergesangverein Halbe Lunge und das Niveau. Da hilft nur noch beten. Du, meine Hand, bist mehr als alle Weiber. Du bist stets da, wie keine Frau erprobt. Du hast noch nie in Eifersucht getobt und bist auch nie zu weit, du enger Reiber. Oh, wieb mein Lehrer, weil am Tag dich recht gelobt, denn du verbirgst in mir ja alle Leiber. Wie ich mir wünsche, kühler Gut vertreibe, dir hab ich mich für immer anverlobt. Ich stehe stolz mit dir im Raume und streichle meine bläulich-rote Glanz. Schon quirlt sich weiß der Saft zum Schaume, so zieh ich aus Erfahrung die Bilanz. Die Zweihai freut mich nur im Wollustraume, sonst patz ich meine Faust mit meinem Schwanz. Sonst patz ich meine Faust mit meinem Schwanz. Wenn ich mir gemacht habe, dann noch nicht nur imziehen, aber nicht nur im Polizisch und nicht耶rat, dann noch nicht nur zu Dumm und meinem Schwanz. Untertitelung des ZDF, 2020